Dominik, es war ein umkämpfter Spiel. Was sagst du zum Spielverlauf? Es ist leider für euch unglücklich ausgegangen. Ich denke, wir sind gut ins Spiel reingekommen, haben die Vorgaben umgesetzt, wie wir es machen wollten. Wir wollten erstmal tief stehen, erstmal die Räume eng machen, wollten aber auch selber im Ballbesitz schnell spielen, den Gegner auch selber laufen lassen. Ich denke, das haben wir in der ersten Halbzeit auch ganz gut hinbekommen, haben wenig zugelassen, hatten selber ein, zwei kleinere Chancen. Und dann war natürlich das 0-1 direkt vor der Pause, wo wir das Zentrum aufmachen, wo es der Gegner einfach zu einfach hat, zum Torerfolg zu kommen. Das hat uns nicht gerade in die Karten gespielt, hat unser Matchplan ein bisschen durcheinander geworfen. Haben es dann zweiter Halbzeit auch noch mal versucht. Ja, dann kam die rote Karte, was uns natürlich auch einen Berndienst geleistet hat. Und am Ende hätten wir auch mit Sicherheit das ein oder andere Tor auch machen können. Aber ich denke, der Sieg geht unterm Strich, geht in Ordnung. Espanol-Karlsruhe war ja bis jetzt eigentlich selten erfolgreich bei euch. Heute hat es geklappt, ist das irgendwie bitter? Was heißt bitter? Jede Niederlage ist bitter, ja. Der Gegner hat sich gerade im Defensivbereich noch mal verstärkt, auch für die neue Runde, hat dadurch sehr viel Stabilität gewonnen, auch individuelle Klasse. Und wir haben ja auch in den Vorprallungsspielen, die sie jetzt bisher bestritten haben, eigentlich fast immer zu Null gespielt. Ja, das zeigt einfach dadurch, dass sie haben auch von ihrer Spielanlage, haben defensiv erstmal gespielt, haben auch selber die Räume eng gemacht, was jetzt letztes Jahr so auch nicht gemacht haben. Von daher, ja, Niederlage ist bitter, aber das wäre auch gegen den anderen Gegner bitter gewesen. Wie läuft die Vorbereitung? Ja, die Vorbereitung läuft ganz gut. Ja, im Sommer hat man immer mal wieder Urlauber, das haben wir auch, das haben andere Vereine auch. Aber sonst ziehen die Jungs gut mit. Wir haben jetzt noch drei Wochen. Ja, ich bin mit dem Stand, wie wir es jetzt im Moment sind, eigentlich zufrieden. Haben wir auch schon das eine oder andere gute Ergebnis gehabt in der Vorbereitung. Aber die Jungs ziehen gut mit. Wir haben jetzt noch drei Wochen. Die wollen wir nutzen, um dann in Ersingen dann auch topfit zu sein. Letzte Runde, letzte Saison besser gesagt, habt ihr ja für eure Verhältnisse als Aufsteiger eine ziemlich gute Saison gespielt. Was habt ihr euch für diese Saison vorgenommen und was denkst du, was ihr erreichen könnt? Also grundsätzlich denke ich, dass die Liga stärker sein wird wie letztes Jahr. Wir sind jetzt nur noch 14 Mannschaften. Ich glaube einfach, dass die Leistungsdichte dadurch noch größer wird, zumal Mannschaften, so etablierte Landesliga-Mannschaften wie Oestringen, Heilzeit und Birkenfeld, werden noch mal stärker sein wie letztes Jahr. Wir wollen uns eigentlich stetig verbessern. Das war natürlich aufgrund der guten Runde letztes Jahr sind wir jetzt nicht so vermessen, um zu sagen, wir wollen jetzt auch unter die ersten vier. Wir wollen erst mal gut in die Runde starten und dann wollen wir gucken, dass wir auf jeden Fall einstellig bleiben. Das wäre so das Ziel. Wir wollen uns in der Landesliga erstmal etablieren und da wollen wir dann ansetzen. Dominik, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön, gleichfalls.